moin leute ja einfach mal hier durchgehen und hier ist ein weiterer labyrinth ach falsche waffe ja ich das sieht ein bisschen crank hier drin aus ich bin gespannt aber aber mir fällt das jetzt erst auf wir haben eine freundin am start leute wir sind cool die 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 alleinigen zeiten sind hier ade wir haben eine roboter freundin wort was ist mit dir komisches insekten wie ich habe ein bisschen ich muss gerade ich muss erst mal ein bisschen bisschen hier die worte fassen stimmt nicht einmal richtig ich bin gerade ein bisschen verwirrt bin gerade ein bisschen daneben weil keine ahnung da sind was sind das für kakerlaken die kakerlaken sind voll eigenartig so 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 ich bin grad viel zu leise ich bin mega verwirrt gerade von der spielszene warte lass mich ganz kurz luft holen das roboter mädchen hilft uns ich bin daneben das macht einfach alles alleine wenn ich sie wenn ich sie alleine machen lassen oder so und bla naja egal mir geht es gut euch geht es hoffentlich auch gut ich habe neue raketen äh so level up ey die hat mir glaube ich die punkte geklappt ui die ballern mir definitiv grad zu viel rum die viecher überall ah ui wo kommt ihr her alter ich meine augen tun mir gleich weh alter äh ich bin verwirrt ey gleich sterbe ich noch oder so das geht doch mal gar nicht klar warte ahja wir können fliegen schon wieder voll vergessen ey ich wirk grad bestimmt voll gehirn kaputt kann man gar nicht runterfallen was ist wenn ich runterfallen möchte hä hab ich das hier was war das jetzt ich bin verwirrt ich bin definitiv verwirrt von diesem ganzen level gerade so wir können jetzt auch ohne das ding fliegen das heißt wir können jetzt voll krass fliegen weil wir mit beiden sachen fliegen können und bla ich bin verwirrt wie gesagt so ui 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 ah da wo ist die eine so ey ich bin verwirrt wo bin ich überhaupt über da da äh äh hä ich wär grad bestimmt mega behindert ok so wir haben neue raketen die sollte ich auch mal hoch leveln oder so oh geh hoch so so ganz viele raketen und ganz viele punkte ui nicht vergessen so viel luft habe ich nicht und die kann irgendwie durchgängig unter wasser bleiben was ich ein bisschen unfair finde ich glaub ich geh erstmal kurz zurück ich will wissen was da hinten war und wir sind ja schnell mit unseren turbo booster oder wie das ding heißt was wir von professor nagaragasaki bekommen haben also hopp 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 äh so lass mich raten wenn ich hier reinspringe werde ich nach oben ja achso jetzt verstehe ich ah es war gar nicht so gedacht also doch es war halb gedacht aber egal gehen wir einfach weiter haben wir schon alles abgesägt wieder gemetzelt und sonst was also na scheiß war das dumm so ich mach grad einen auf deckung shooter oder so so boah war das dumm boah war das dumm boah war das dumm ey ich bin jetzt wieder hier ach nö ach nö ach nö ach nö naja passiert so so dann kann ich jetzt auch noch mal ein bisschen Übersicht bekommen äh naja wobei gut anstellen tue ich mich immer noch nicht so so meine Raketen sollte ich auffüllen gut na ich taste mich ein wenig langsamer heran ich glaube hier muss ich nicht durchrushen ich mein das ist auch irgendwie eine schöne Stelle sieht irgendwie cool aus so die Dinger die sind irgendwie jetzt unglaublich schwach geworden finde ich mit der Zeit im Vergleich zu anderen Waffen im Vergleich zu anderen Waffen das ist unglaublich stark äh find ich ahhh hier äh Roboter Girl so ah nein ah kacke ne ne schade so komme ich da nicht ran ach kacke ah der regt mich auf der hüpft zu blöd rum so Rakete am Start ah ok ok das Flammenrad Ding der gebe ich auch auf die Fresse hier bla bla auf die Fresse tot sehr gut ah das steht doch gut äh Girl kommen sie Girl eigenartiger nach ich nenne dich jetzt Baby Girl nein das äh der Name gibt den Namen gibt es irgendwo ja schon hier bitte mal die Viecher ich helfe dir ein bisschen aus dem Hinterhalt ich hab Angst oh oh ich hab wieder so viel Leben fall oh zufuck verdammt stirb oh nein jetzt brauch ich irgendwo wieder nein Oh ich verliere hier andauernd so viel Leben das geht nicht nein 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 das ist schlecht Leben verlieren ist schlecht ach nö jetzt muss ich mir irgendwo Leben klauen das Gute ist hier vorne sind erstmal ganz viele Kokon Eier Dinger das heißt hier könnten irgendwo auch Herzchen bei rausspringen Da ist nichts, da ist auch nichts, ach kacke, da kam ein Herz drauf, so, das habe ich mir aber direkt mal abgezogen, what the fuck, what the fuck, zu viel, ah, viele Herzen, viele Herzen, sehr gut, sehr gut, sehr gut, okay, besser geklappt als erwartet, das hätte ich nicht gedacht, ach schießt das Ding doch, den Blob, nein, das, so, sehr gut, ah, hier sind überall so Dinger, auch überall Herzen, ah, sehr gut, ah, Leute, ich bin gerade total leise, weil ich total verwirrt bin, das ist so, 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 boah, das ist so, so, keine Ahnung, Effektebild, hier haben wir gerade einfach nur überall Partikel und Boom und Bam und Boom und Bam, ich bin, ich bin voll, keine Ahnung, Gehirn gefickt, gerade. Äh, wie treffe ich den am besten? Nein, wovon habe ich jetzt ein Level down? Was war das? Das, ach, man, jetzt bin ich hier. Hier ist mir einfach zu viel los, irgendwie. Voll crank alles. Töte die. Sehr gut. Ah, da ist ein Portable, oder, ne, Portable, ne, Dings, Boom, es ist ein Computer. Das erste Button, you press it. Sehr gut. So, dann nehme ich hier das Ding wieder. Ah, hier wäre ein Teleporter. Nur. Ah. Sehr gut. Okay, dann speichern wir eben hier vorne und teleportieren uns wieder dahin, ne? Wenn's geht. Ja, geht. Sehr gut. Ah, freut mich doch. Okay, okay. Wir fahren einfach weiter in unserer, äh, naja, Mission. Was bist denn du? Oh mein Gott. Mega eigenartig. Ich find das, na, Leute, ich bin mega verwirrt gerade von diesem Spiel. Cave Story macht mir Angst. Okay, wieder das Ding. Nein, 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 nein. Keine Ahnung, Marsch... Ich bin gerade, Gehirn, keine Ahnung, kaputt. Ich, ich, ich benennen euch jetzt Marshmallow Monster. Ah, da vorne ist eine Tür. Sieht doch schon mal gut aus. Und wir sind Dark Place. Are we still in the Labyrinth? Okay, das sieht aus wie eine Falle. We can't pass through here. We are going to have to keep moving forward. Ja, warum nicht? Hau ab. Das sieht hier echt eigenartig aus. Aber deswegen speicher ich auch mal ganz groß. Okay. Äh. Core? Wo sind wir? Kann mir jemand erklären, wo ich bin? Was ich... Ja, erzähl mal was. This is a strange place. Was it some kind of base? Ah, sind wir in der ehemaligen Base der des, des bösen Professors hier. Professor Nagasaki oder so. Open Blast Door. Ja, geht klar. Opening Blast Door. Ja, mach mal. Ah, ob du vorgehst? Ob das eine gute Idee ist? Blast Door No. 4 currently malfunctioning. Äh, ja. Was auch immer. Äh. Ja. Und nu? This Blast Door, it's only opened halfway. I think I must be caught or something. Äh. Äh. Das heißt, wir müssen die Tür irgendwie noch weiter aufmachen. Äh. Ja, die Tür Nummer 4. Mall functioning. Ich würd' hier da auch irgendwie durch. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber wie mach ich die auf? Low Lift. Low Ring Lift. Ah, doch. Ah, doch. Jetzt. Ah. Ah. Sehr gut. Da muss ich jetzt schnell durchs Wasser, damit ich nicht ertrinke. Lift lauert. Ähm. Hier. Hier. Da drauf wechseln und schnell. Schnell. Ich hab nicht so viel Luft. Und jetzt mach ich hiermit die Tür auf. Open Blast Door. Ja, ja. Aber. Äh. Blast Door opened. Ja. Aber jetzt hier, ne? Ich mach jetzt hier nen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich muss mich, naja, trinkchen schluck, trinkchen schluckchen, ne? Äh. Trinkchen schlucken, wollte ich schon sagen. Schluckchen trinken, trinken schlucken, ne? Äh. Und dann bin ich gleich wieder da und zock noch ein bisschen weiter. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.